Oh, 70, 70, 70 Prozent. Das höre ich natürlich sehr gerne. Noch eine, wir haben einfach zu wenig. Ich kann es noch nicht, ich kann es noch nicht. Sorry, Leute. Wir könnten aber noch ein bisschen Getreide anbauen. So. Damit man auch ein bisschen Bier herkommt. Hm, Bäcker. Da schnauft lauter vor sich hin. Sechs sind immer noch wie so nass. So, hier, Jagdhaus. Null wieder. Oh Mann, Mist. Wie viel? Ja, wieder viel zu viel für die zwei Herren. Ah, Wohnhäuser, 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 Wohnhäuser. Nee, ich werde sie hier so hinschmeißen. Und einen Weg. Tönt aber... Nee, das... Oh Mann. Abreißen, genau. Wollte das eher so haben. Und mit 58, ehrlich, da kannst du nichts machen. Da ist so, da ist nix da. Nix in der Hose, dass die flöten gehen. 17. Man könnte was wagen. Wie viel haben wir jetzt? 9 und 8. Wir machen es einfach. Komm. Es sind sieben mehr. Das sollte schon hingehen. Stufe 1, Stufe 1. 1,1. 1,1. Ähm. Plus 1,5. Gibt 2,6. Plus 1,5. Gibt 3,6. Was hab ich gesagt? 6. 3,4,2. Keine Ahnung. 4,2. Ich glaube 4,2. Wir müssen noch mehr bauen. Baut die beschissenen hier Häuser. Dann habt ihr ein bisschen mehr Platz. Wir sind doch auch noch nicht im Bau. Was willst du? Wir verlieren nochmals 3. Wirklich. Wir verlieren noch 3. Ach jetzt werden die eingeblendet. Ach so. Aber nur die zu. Die stellen hier. Wie soll das nur gut gehen? Ehrlich. Jetzt habt ihr ein bisschen Arbeit bekommen. Ja mit einem was wüsste machen Junge. Dauert ja noch ewig mit einer Person. Gibt es auch gleich Todes. Die Hücken ab. Was sind das für Schweine? Die Hücken ab. Was sind das für Schweine? Ich bin auch zu blöde. Der wird jetzt nicht geheilt. Der bleibt so wer er ist. Ui. Wir haben hier. Können wir jetzt. Ich würde gerne so einen setzen. Aber. Geht es überhaupt jetzt hier? Ich glaube das haben wir so dicht gebaut. Ja. Abreisen. Tja. 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 Meine Kirsche soll schon drin liegen. Muss sogar. Münzenpräger. Immer das Eisen. Die Kohle hier. Ist ja Kohlemangel angesagt. Hier kriegen wir nicht zu, weil ich irgendwie noch Kohle her. Nee, Mist. Haben wir sonst noch irgendwo eine Palisade oder so ein Ding, das wir ja ein Geschoss nennen können. Aber da wollen wir ja nicht hingehen. Hier. Steine. Aber wo haben wir hier Kohle? Nichts Kohle. Na da. Sollen wir noch einen Berg oder Hün schmeißen? So, wie es ausschaut, haben wir... 12 Steine. Okay, wir können anfangen mit dem Bau. Aber jetzt muss natürlich noch Holz kommen hier. Sechs Holz. Sehr schön. Sieben. Noch drei. Oh, hier kommt gleich drei. Sehr schön. Der Baumeister geht auch gleich hier ans Werke. Oder der Schaufel oder was es ist. Oder ist es eine Kohle-Mine? Hätte ich mir was denken können, dass hier eine Kohle-Mine am Werke ist. Aber ein Musketier, ne? Ja, genau. Ein Musketier. Das sollte nicht reichen. Das reicht auch nicht. Wenn wir ehrlich sind, reicht das nie. Das ist ein Bergarbeiter. Sieht aus... Der sieht jetzt aus wie... Ne, verdammt scheiße. Aber der könnte es sein. Fünf Holz. Ja, da ist es ja. Da haben wir den schönen Netten, die Herren. Da holt es das Zeug wieder am Rande. Über uns. Irgendwo. Wieder fünf. Boah, der muss jetzt noch dreimal rennen. Das ist schon ein bisschen heavy, heavy hier. Wieso darf ich nichts ausbauen? Das ist doch blöde. Noch einmal rennen. Boah, ey, du bist ein starker Junge jetzt. Endlich geht es mal hier voran. Aber Kohle haben wir hier nicht zufällig im Laufen. Ja, aber Kohle. Schippt das Kröhnchen mal rüber, endlich. Ah, wie da rumt der Mann, ey. Sie können mich jetzt gar nicht mal. Wir brauchen Münzen. Ist doch nicht zu fassen. Wir haben hier zehn. Dann der noch. Und das noch zehn. Die Steine bringen uns heute nichts. Ja, das hat die nicht. Mauer. Hm, was ist denn das? Wolle für vier. Oh, wir können nicht zurück. Also, Geld bekommen für irgendwas. Da kommt ein Musketier. Wir sind in der Überzahl. Wir können nicht angreifen. Wir machen das nicht. Denn wir sind nicht so blöde. Was macht ihr denn, ihr Kohlewerke? Wie zum Teufel können wir das Lagerhaus ausbauen? Das würde ich gerne mal wissen. Ja, wir sind hier mal ruhig und dann wieder runter. Amen.